Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone mit dem Typen Detlef und voriges Mal. Wollten wir Medivh befreien, wurden aber aufgehalten. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Man muss ein bisschen Glück haben und wir müssen uns die Karten ein bisschen auf der Hand behalten. Jaina gegen Nazra! Also Nazra ist nicht unser Problem. Und zu viele Karten da zu haben, ist auch nicht gut, weil er auf jeden Fall immer cleart, glaube ich. Aber das gucken wir gleich mal. Ob da tatsächlicherweise immer ein Clear kommt. Aha. Oh, kann ich nicht Glück haben? Nein, kann ich nicht. Hm. Legt euch nicht mit Zahler ein. Ihr müsst die Orgfrau zurückdrängen, damit wir ein anderes Portal öffnen können. Ja, Dettel! Nehmt das! Oh, jetzt gibt er auch noch eine Waffe in den Dicke. Naja, dann aber doch warum. So, jetzt können wir an der Stelle können wir beenden, auf jeden Fall. 25 live. Was ganz gut ist, hier der Zauber und der Zauber. So, jetzt müssen wir eigentlich wieder gleich clearen. Was für uns jetzt nicht so schlimm ist, weil wir nicht unsere guten ausgespielt haben. Da vor der Runde haben wir ja doch ein bisschen was Besseres ausgespielt. Mal gucken, ob jetzt der Clearer kommt. Ja. Er kommt tatsächlich. Der Wender hat sogar einen anderen befreundeten Diener. Ja, das ist jetzt keine gute Karte da rausbekommen, ne? Ich höre die Musilig, die Medivhers, den Festlauch. Das wird meine Nacht. Mhm. Hm, jetzt seitdem Schwierigkeiten... Ja! Ich bin jetzt schon dabei! Ja, der Diener können nicht als Ziel von Zaubern, okay. Hier steht nicht nur vor Malkasa allein, sondern vor den Legionen, die ich befehlige. Das hätte immer die Frage, ne? Gehe ich auf Full Damage? Ich würde behaupten, ja. Ja. Theoretisch, wenn jetzt kein Zauber kommt, dann könnte es das schon gewesen sein. Überlegen, das müsste es sein. Nehmt eure Medizin. Jetzt wird's heiß. Bäm! Jawoll. Nicht schon wieder! Na, war's das? Es war's. Sehr schön. Es ist Zeit zu feiern! Juhu, dann feiern wir! Sehr schön, haben wir geschafft! Ihr habt es geschafft, kaum zu glauben, dass das Fest rechtzeitig beginnen konnte. Hättet ihr nächste Woche Zeit? Midi feiert seinen Geburtstag und... Ich könnte ein wenig verstärken... Na klar! So, das haben wir geschafft! So, jetzt haben wir hier eine Herausforderung, ne? Wenn wir das wählen, dann müssen wir eine bestimmte Klasse noch spielen. Dann bekommen wir für eine bestimmte Klasse immer... Ah, okay, da kommen die Kerzen her. Juhu! Ah, ja! Ja! Und dann bestimmte Klassen halt gegen eine Herausforderung. Oder halt heroisch. Okay. Aufgedeckt sind sie jetzt alle. Aber man bekommt scheinbar nichts. Also war's egal, ob ich jetzt heroisch spiele oder normal. Hm. Naja, was soll's. Aber wir haben's geschafft! Das Abenteuer ist zu Ende! Mir hat's sehr gefallen! Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen! Oder wenn ihr in einen Kommentar reinschreibt, ob's euch gefallen hat, dann werden wir auf jeden Fall die Herausforderungen noch nachholen. Und wenn irgendwann mal wieder ein Abenteuer ansteht, dann werde ich mal gucken, dass wir das machen können. Und wenn's halt für echt Geld dann in dem Moment nur geht, dann müssen wir gucken. Das kriegen wir bestimmt auch irgendwie hin. Ja! Schön, dass ihr dabei wart! Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut! Tschüssi! Tschüssi!